Hallo, mein Name ist Alexander Schlager. Ich bin Junior Researcher an der Fachhochschule St. Pölten und Teil des Immersive Media Labs, welches sich mit Storytelling, also Geschichten erzählen, in Augmented und Virtual Reality beschäftigt. Unsere Anwendung richtet sich an Nutzerinnen mit einer geringeren Gesundheitskompetenz und in Nordamerika zum Beispiel betrifft das einen von fünf Erwachsenen. Und wir versuchen mit Hilfe von Medien diese Verständnisrate zu erhöhen. EPA beschäftigt sich im speziellen Fall mit dem Thema Strabismus, also Schien, und versucht den Nutzerinnen Informationen zur Untersuchung und der Operation zu liefern. Für die Inhalte haben wir eine Expertin in unserem Team, Anna-Maria Lienhardt. Sie beschäftigt sich schon seit sieben Jahren mit dem Thema Schielen in ihrem Studium, aber auch in ihrer Arbeit und hat uns dabei geholfen, die Inhalte vereinfacht darzustellen. Im Normalfall ist Storytelling linear, wie zum Beispiel in Filmen und im Theater. In unserem Fall hat der User die Wahlfreiheit und kann mit Hilfe eines räumlichen Menüs, also mit den 3D-Objekten, entscheiden, welche Inhalte er wann konsumieren will. Als Augmented Reality Plattform haben wir uns für AirCore von Google entschieden, im speziellen Fall Air Images. Hier kann man mit Hilfe eines vordefinierten Bildes 3D-Inhalte im Raum darstellen. Für die Darstellung haben wir eher eine stilisierte und abstrakte Form gewählt. Dies kam daher, da Testerinnen uns Feedback gegeben haben, dass es für sie eher angenehmer wäre, eine eher nicht realistische Darstellung zu betrachten. Für die Evaluierung haben wir auf eine 2-Phasen-Testung gesetzt. In der ersten Phase haben wir Expertinnen aus dem Bereich Augmented Reality und Usability befragt. In der zweiten Phase haben wir potenzielle Nutzerinnen der App getestet und wir ebenfalls das Feedback in die App eingebaut. Die Forschungsfragen, die wir uns hier gestellt haben, waren, welche Aufforderungen zur Interaktion waren angenehm und führten zum Ziel? Hat die 3D-Augumentierung einen subjektiven Mehrwert für die Nutzerinnen? Und ist den Nutzerinnen klar, wie man mit den 3D-Objekten interagiert? Für die erste Frage, welche Aufforderung zielführend war, gaben viele Nutzerinnen an, dass die visuelle Hervorhebung ausreichend ist und eine zusätzliche gesprochene Anweisung wünschenswert wäre. Zur zweiten Frage, ob die 3D-Augmentierung einen Mehrwert darstellt, gab es gutes Feedback. Die Nutzerinnen konnten sich an die Inhalte erinnern und diese zusammenfassen und haben es als ein nützliches, zusätzliches Werkzeug zum Arztbesuch angesehen. Die dritte Frage, ob die Interaktion mit den 3D-Objekten klar war, hat herausgestellt, dass die Nutzerinnen die Kontrolle hatten und gaben Feedback, dass die visuelle Hervorhebung vielleicht etwas intensiver dargestellt werden könnte. Ja, das war EPA kurz zusammengefasst. Die vollständige Version finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und zusätzliche Informationen zum Thema, aber auch zum Immersive Media Lab finden Sie auf unserer Website.